So, Platz Nummer 6, mit der Startnummer 2, Walter und Lisa von der Formation 8.80 Uhr. Möchtest du dich weiter? Platz Nummer 5, mit der Startnummer 6, Christoph und Barita von der Blockstar. Platz Nummer 4, Startnummer 8, Korbinian und Alexander. Das war der Startnummer 3, die Startnummer 1, Endre und Sarah, der Kopto, einen schönen Raum. Platz Nummer 2, geht an die Startnummer 7, 0, 1, 2, 1, 3. von den Rockstars. Somit hat wieder die Karel Connection zugeschlagen. Position 1, Startnummer 3, Patrick und Verena, der Formation 88. Applaus Wir gratulieren ganz, ganz herzlich. Großen Applaus, bitte! Applaus Woh, 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 woh!